Einen wertvollen und wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der gepflichten Wanderunterhaltung und hier sind wir wieder im schönen Regen. Immer wenn Stefan dabei ist, plattert es irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Wir sind am Bergbaumuseum, eins von Bochums Wahrzeichen und heute machen wir eine Runde rund um Grumme und haben zehn Kilometer geplant. Wir müssen aufpassen, dass wir hier keine Leute die Kamera vor den Kopf hauen und ja, bei feinstem Wetter, Samstags-Nammettags-Tour, leichtes Marsgepäck dabei, kommen gerade quasi beide vom Mittagessen, haben keine großartige Verpflegung dabei und wenn wir unterwegs Hunger kriegen, müssen wir singen. Kannst du singen? Ja, können wir beide. Okay, also auf geht's. Schön, dass ihr wieder dabei seid und viel Spaß mit dem Video. Ciao, bald! Boa 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Zeit für Kaffee und Kuchen. In dem Sinne, danke euch wieder fürs Zuschauen. Geht raus, viele Grüße und Glück auf. Ciao. Ciao.